Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik eine Nachricht befreien. Weltweit sind nun schon 355 Atomwerktoren in Betrieb und in Waren. Nach dem Plan hier errichtet, die wir in der Bundesrepublik sind, wurden die 1.000 Föder, weil es mehr als 2.000 sein, gebraucht worden ist, wenn wir in der Bundesrepublik sind, die auch die Ausgabe des Verkaufs in der Bundesrepublik. Das gerade wieder hin, wir bringen die Nachricht zu. Die Vorräte an den 2.000 Föder, das aus Grenzstaatschlebertoren gebraucht wird, sind zumindest so bekannt wie die Röhreser. Die derzeit bekannten Rundfunkungen reichen geradeaus die schönen Betriebe und im Bauchentum der Kultur und keine Betriebszeit von 40 Jahren zu verloren. Die Errichtung der Bundesrepublik ist für die Röhre. Die Errichtung der Bundesrepublik ist für die Röhre. Die Errichtung der Bundesrepublik ist für die Röhre. Vielen Dank.